Yo, was geht, was geht, was geht. Das Pflanzen-Man-Event ist vorbei. Wir wurden endlich belohnt. Und zwar, wenn man 100.000 Schaden gemacht hat, dann bekommt man 300 Münzen, das phänomenale Boxer-Set und natürlich Mr. Satan-Abzeichen. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt so wichtig, aber ja, wir haben noch eine Seele dazu bekommen. Und die Seele ist neu. Kann man nur beim Great-Event gewinnen. Und die checken wir uns gleich mal aus. Die neue Seele heißt, deine Zeit in diesem Kampf ist abgelaufen. Verwendung bei Teleportation stellt Kiwi daher S. Was das jetzt genau bedeutet, ziehen wir uns gleich mal rein. Aber lass erst mal kurz noch das neue Kostüm abchecken. Also ich persönlich finde ja, dass sich das Box-Set am meisten gelohnt haben. Wir bekommen da die Shorts, die phänomenalen Box-Handschuhe und die Schuhe. Und insgesamt sieht einfach fresh aus. Kann man nichts dagegen sagen. So, lasst uns mal über die Supersäle reden. Und zwar, ihr habt keine Wirkung, wenn ihr jetzt X drücken tut. Das hat damit nichts zu tun, sondern ihr müsst den Skill-Teleportation benutzen. Und jedes Mal, wenn ihr die benutzt, kriegt ihr einen Key-Balken dazu. Ist okay. Finde ich jetzt nicht wirklich brauchbar. Aber vielleicht der ein oder andere von euch, der wird schon was damit anfangen können. Und wenn man jetzt Teleportation ganz schnell Spam tut, dann kriegt man keinen Key dazu. Sondern man muss über ein paar Sekunden auf jeden Fall Zeit lassen. Insgesamt lohnt es sich nicht. Lasst die Finger davon. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht.